Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um Weihnachten. Ich glaube, jeder kennt das. Manchmal bekommt man Sachen und man denkt sich nur so, ja, was mache ich denn jetzt damit? Und das Schlimme ist, dass man, ja, wenn man dann was bekommt, was man eigentlich nicht so mag, dass man dann irgendwie sich trotzdem freuen muss irgendwie und das dann so krumm spielt und es einfach richtig unangenehm ist. Es tut mir sehr leid für meine Mama und für meinen Papa, weil ich habe immer geschaut, was ich denn bekomme, damit ich vorbereitet bin, mental. Und natürlich war ich auch sehr gespannt, was ich zu Weihnachten bekomme. Aber ich gebe euch heute 100 Dinge, 100 Ideen, die ihr verschenken könnt, die wahrscheinlich auch wirklich gut ankommen. Natürlich muss man halt immer ein bisschen schauen, okay, was die Person mag, was sie nicht mag. Und es gibt so ein paar Basics, wo man recht gut was finden kann, dass man vielleicht die Lieblingsfarbe weiß von der Person. Weil es gibt Leute, und da gehöre ich auf jeden Fall auch dazu, die bestimmte Farben einfach mega mögen. Im Prinzip könnt ihr, egal was, in dieser Farbe schenken, es wird gut ankommen. Ich habe manche Sachen in Farben gekauft, weil sie vielleicht günstiger waren oder weil es die damals in anderen Farben nicht gab. Und natürlich wäre es schön, halt meine Lieblingsfarbe alles zu haben, logischerweise. Ich glaube, wenn man dann sowas raussucht, dann hat man schon mal einen richtig großen Vorteil. Habt ihr schon mal komische Dinge geschenkt bekommen? Schreibt es gerne in die Kommentare, ich will alles wissen. Ich glaube, ich habe mal so eine Geschenketasche bekommen und es war halt eindeutig nicht für mich, sondern es war für die Person, die es mir gegeben hat. Aber der hat es wahrscheinlich nicht gefallen und deswegen habe ich es bekommen. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Alicia und ich mache hier so Lifestyle-Content auf meinem Kanal. Ich bin vor kurzem nach Australien gezogen, deswegen gibt es jede zweite Woche einen Vlog. Jetzt ist einfach im Prinzip die perfekte Zeit dafür, ein bisschen über Weihnachten zu reden. Und mir geht es auf jeden Fall so, dass ich oft nicht weiß, was man verschenken kann. Und ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und ich glaube, ich habe so die ein oder andere Sache, die auch wirklich cool ist, wo ihr wahrscheinlich denkt so, ach krass, das ist ja eigentlich total goldig. Könnte man machen. Ich habe es alles zusammengesammelt. Ich habe Listen erstellt. Ich habe Links in die Info reingepackt. Da könnt ihr alles finden. Ich glaube, es ist für jedes Budget was dabei. Die meisten Listen auf YouTube, die schreiben dann so Sachen drauf wie, Ja, ich will ein MacBook, ich will ein iPhone, ich möchte hier Millionen Euro teure Dinge. Und das ist auf jeden Fall nicht so eine Liste. Es gibt eine Sache, die ist wirklich sehr teuer. Wenn man da einfach mal ein bisschen auf Flohmärkte geht oder einfach mal rumfragt in der Familie, dann hat man vielleicht auch eine gute Chance. Ihr werdet es merken, wenn es dann dazu kommt. Ich würde sagen, wir fangen erst mal mit den kreativen Sachen an. Ich glaube, eine Sache, die ich richtig schön finde, sind so Gläser zu bemalen. Das ist so eine Sache, die man schenken kann, wo man dann auch was gemeinsam unternimmt. Und da muss man halt einfach Farbe besorgen und ein paar Gläser und ein paar Pinsel. Es ist schön, wenn man so ein Set zusammenstellt, dass man dann sowas zusammen macht. Es können Weingläser sein, es können einfach ganz normale Trinkgläser sein. Ihr könntet auch Vasen bemalen. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ja, Gläserfarbe, die natürlich dann auch dümmaschinenfest ist. Dann habe ich auch schon mal bekommen, worüber ich mich auch mega gefreut habe. Wenn ihr zum Beispiel mit einer Person schon viel erlebt habt, dann könnt ihr so eine Gelande basteln aus Bildern. Da könnt ihr natürlich, also da müsst ihr halt schauen, dass ihr vielleicht die Aesthetics von der Person kennt. Ob jemand eher mehr so den Boho-Stil mag oder viel Grün oder eher so klassisch mit so Polaroids. Da müsst ihr halt einfach kreativ werden. Aber ich finde es richtig schön. Dann hat man was zum Aufhängen. Natürlich muss die Person auch Platz haben. Aber meistens hat man irgendwo noch ein bisschen Platz für eine kleine Gelande. Und das ist einfach eine richtig schöne persönliche Sache. Was ich auch noch gefunden habe. Und das ist schon länger her, dass ich gefunden habe. Und ich habe das auch schon echt oft empfohlen. Aber es ist auch bei mir ganz oben. Es gibt so aus Keramik so Tiere. Also ich kenne dieses Lama. Und da kann man außenrum an dieses Lama, so am Bauch, kann man so Kresse oder so dran machen. Also diese Samen. Man gießt dann dieses Lama. Da ist dann so ein Loch. Und da kann man da Wasser reinmachen. Und dann wächst da die Kresse dran. Ich glaube, das ist für alle, die so ein bisschen so Pflanzen mögen. Da gibt es auch ein Faultier. Es gibt auch ein Einhorn. Da gibt es verschiedene. Ich glaube, das ist auch echt eine süße Sache für alle Pflanzenfans. Man kann da nicht nur irgendwie so Kresse dran machen. Es ist einfach eine richtig schöne Sache. Und ganz ehrlich, auch für die Foulen ist es was. Weil ich meine, so eine süße Figur irgendwo stehen zu haben, ist auch nice. Würde ich sagen. Kann man mal machen. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Sache. So auch wie ich einfach gerne so kreativ ist. Dann freut man sich generell immer über Stifte. Da sollte man vielleicht auch so ein bisschen wissen, okay, was holt man da am besten? Mit verschiedenen Medien. Da würde es sich freuen über Faber-Castell-Stifte. Also Buntstifte. Faber-Castell einfach das Go-To. Einfach verschiedene Bleichstifte auch von Faber-Castell. Da gibt es verschiedene Sätze. Das ist immer einfach gerne gesehen. Dann Posca-Stifte. Aber ich liebe Posca-Stifte. Man kann damit alles Mögliche bemalen. Also von Gläsern über Keramik-Sachen. Es ist super fürs Malen, wenn man wirklich viel mit Buntstiften macht. Dann ist es auch schön, wenn man dann einen guten weißen Edding im Prinzip hat. Auf jeden Fall Posca-Stifte, auch nice. Und das sind so Sachen, also gerade so teurere Stifte, kauft man sich oft nicht selbst. Da denkt man so, ah, ich habe ja noch so viele und so. Aber man freut sich immer über was Neues. Und vor allem, wenn es halt auch wirklich dann was qualitativ hochwertiges ist. Dazu kommen auch noch Tombow-Stifte. Das sind so Kalligrafie-Stifte. Das ist für jeden was, der so ein bisschen so Bulletin-Board. Nein, das macht keinen Sinn. Auf jeden Fall, es gibt auch so Leute, die sich so Bücher schreiben und so alle möglichen Sachen reinschreiben. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall, ich gehöre jetzt zwar nicht dazu, aber ich benutze die Stifte trotzdem sehr gerne. Also gerade in meiner Schulzeit habe ich mir immer so viel Mühe gegeben, die Überschriften schön zu machen. Und dafür habe ich so Stifte benutzt. Aber da so ein Set zu holen, so ein Starter-Set, ist einfach auch eine schöne Sache. Dann habe ich noch auf der Liste eine lustige Handyhülle. Natürlich muss man da wissen, was für eine Handyhülle man braucht, also für welches Handy. Und ich finde es so lustig, einfach mal jemandem einfach so eine richtig lustige, einfach aus Scherz, so eine verrückte Handyhülle zu schenken. Und vielleicht könnt ihr ja so eine kleine Tradition aufbauen, weil so Sachen sind halt immer schön, wenn man so eine Tradition hat und jedes Jahr sich so überrascht mit was, wo man drüber lachen kann. Das Schönste an Geschenken ist, wenn sie auch ein paar Emotionen dann erwecken. Deswegen sind so Fotogeschenke wie die Gelande oder einfach so was Lustiges einfach mega schön. Ich habe das auch noch in die kreative Kategorie reingepackt, sind gravierte Schmucksachen. Sachen mit Gravur sind für alle Leute irgendwas. Es gibt alles Mögliche, was man gravieren kann. Und ich kann nur empfehlen, ich trage da auch gerade Schmuck von. Ich habe hier so zwei verschiedene Farben, Gold und Silber, so zwei Plättchen mit meinem Anfangsbuchstaben und von meinem Freund, weil die Firma dann nicht so groß ist. Und ich bin jemand, der gerne auch kleinere Firmen unterstützt. Ich lege sehr viel Wert auf Qualität und ich lege sehr viel Wert auf, ja, ob es wirklich ein Wert ist, sowas. Weil es gibt Firmen, die fangen an und machen gute Sachen, aber irgendwann werden sie gierig und wollen dann immer mehr und produzieren dann nur noch. Mir leid, aber es ist so. So, auf jeden Fall kann ich euch empfehlen Salomé-Schmuck. Ich werde es euch auf jeden Fall in die Links reinpacken. Dort kann man alle möglichen Anhänger gravieren, Armbänder. Egal was, ihr könnt Sachen gravieren und nicht nur so im Buchstaben, so wie ich, ganz basic. Man kann da einfach Fingerabdrücke machen, Nasenabdrücke, okay, von Hunden, von Tieren, von Katzen. Aber ich finde es total schön, dieser Gedanke, dass man sein Tier so dabei haben kann. Also man kann da aber auch einen Pfotenabdruck machen. Also die lassen alles gravieren. Und was gerade auch mega im Trend ist, ist sowas handschriftlich zu schreiben, also irgendwas mit Handschrift zu schreiben und das dann gravieren zu lassen. Kann man dort auch machen. Und die haben alle möglichen Sachen, die man gravieren kann. Da ist auch für jedes Budget was dabei. Und ich finde es schön, wenn man so Freundinnen oder wenn Mama und Tochter, wenn man sich so Friendship-Bracelets macht. Andere Sachen, die man noch zusammen machen kann, andere Geschenkideen, sind zum Beispiel so ein Set, wo man töpfern kann. Aber töpfern macht richtig viel Spaß. Das ist auch, was man zusammen machen kann. Man kann es danach auch noch anmalen. Dazu gehören auch noch Amigurumi. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Keine Ahnung. Wenn ihr häkeln könnt und wenn ihr sowas jemandem schenken könnt, mega, macht es. Könnt natürlich auch ein Set verschenken. Wenn ihr wisst, dass jemand gerne sowas mal ausprobieren würde oder einfach gerne auch strickt oder häkelt, einfach mal so ein Set schenken. Und dazu gehört auch ein Stickset. Das könnt ihr auch wieder selbst zusammenstellen, weil es gibt eigentlich nicht so viel, was man braucht. Man braucht diese Ringe, man braucht halt ja Stickgarn und man braucht Nadeln. Und was ich noch empfehlen kann, ist sowas für den Finger zu holen, dass man wirklich gut durch Sachen durchkommt. Was auch eine schöne Sache ist, sind so Schokoladen-Kits. Selbst Schokolade schmelzen und da irgendwie so Toppings drauf machen. Das könnt ihr auch mega gerne verschenken. Schokolade ist eh ein großes Thema. Und hier kommt jetzt auch nochmal eine Sache, die ich euch wirklich ans Herz legen kann. Für alle musikbegeisterten und auch ein bisschen kreativen Leute. Wenn ihr jemanden habt, den ihr gut kennt und einfach eine Freude machen möchtet, ohne dass es so viel Geld kostet, dann erstellt ihr noch eine Playlist. Erstellt eine Playlist aufgrund deren Persönlichkeit oder ihr wisst, hey, die Person mag die und die Musik. Vielleicht finde ich noch ein bisschen was anderes, was dazu passt. Erstellt ihr eine persönliche Playlist und es gibt auf Etsy so eine richtig schöne Sache. Da hat man so eine Schallplatte und da kann man auch so ein Foto drauf machen und dann kann man unten so einen Song auswählen. Und ihr könnt im Prinzip auch einfach so eine Playlist dann, ja, die Playlist draufschreiben, die ihr dann macht. Und irgendwie einen QR-Code oder so könnt ihr da zulegen oder einfach den Link dann schicken. Aber ich finde es einfach schön, wenn man für jemanden so was Persönliches macht. Und das mit dieser Schallplatte. Ich verlinke euch diesen Etsy-Store, wo man das machen kann. Das wollte ich auch unbedingt machen. Wenn ihr mit jemandem so einen Song habt, also es ist gerade, glaube ich, für Pärchen was. Oder auch für Familie, wenn ihr mit eurer Mama irgendwie so ein Lied habt, das ihr euch immer anhört. Oder ja, wenn einfach ein Lied euch an jemanden erinnert, könnt ihr sowas richtig schön schenken. Kommen wir weiter zu den Customized-Sachen. Ich meine, man kennt die Sachen wie Kalender, Fotobuch und so weiter. Ein Kalender ist auch wirklich mega nice. Das ist natürlich auch gerade für so Tanten und so weiter echt mega nett, wenn man dann halt immer von der Familie dann Bilder macht. Und jeden Monat ist jemand anderes oder ein anderes schönes Erlebnis mit drauf. Aber was ich euch ans Herz lege, was ich richtig schön finde, es gibt so Schneekugeln, die man selbst machen kann. Also entweder ihr macht sie komplett selbst. Auch mega toll. Aber man kann einfach auch so ein Foto auswählen für so eine Schneekugel, gibt es bei dem und so weiter. Die Schneekugel gibt es mit Schnee, aber auch mit Herzen. Und ich finde das mit Herzen einfach richtig schön. Und wenn man da einfach ein süßes Bild auswählt, ich weiß nicht, ich finde das halt eine schöne Sache, die man sich hinstellen kann. Und man, also das Tolle an der Schneekugel ist halt, dass sie nicht einfach immer nur da steht und immer gleich ist. Oder man nimmt die auch gerne mal in die Hand, schüttelt die und schaut sich das an. Kommen wir zu dem Cozy Season Bereich. So habe ich es jedenfalls mal genannt. Da habe ich auch ganz viel verschiedene Sachen rausgesucht. Und das Erste, ich habe sogar auch was dabei. Äh, ja hier, nicht dabei. Ich habe es ja hier, ich wohne ja hier, ne? Lounge Sets. Leute, ich kann euch empfehlen, wenn ihr eine bestimmte Farbe von jemanden kennt, die die Person mega mag, dann holt ihnen ein Hoodie und eine Sweatpants dazu in passender Farbe. Das ist eine schöne Sache, die man jemandem schenken kann und alle möglichen Budgets hierfür. Und es ist einfach eine schöne Sache, wo man sich reinkuscheln kann, wo sich jeder freut. Generell so Cozy Wear, was man halt sich vielleicht nicht kauft, wenn man dazu irgendwie, wenn man einfach zu, weil man sich denkt so, ach ich habe genügend Hoodies, ich habe genügend, ähm, ja, Hosen so, Sweatpants. Da brauche ich jetzt kein Set. Aber so ein Set ist, glaube ich, es ist wirklich echt schön zu haben, weil man sich nicht nur wohlfühlt, sondern man fühlt sich auch dann irgendwie so nice angezogen. Ähm, was auch noch dazu gehört und ich würde sagen, es ist auch ein bisschen Cozy, weil man sowas, finde ich, auch gerne zu Hause trägt, wenn man nicht raus muss. Das sind so Workout-Sets. Natürlich, wenn jemand Sport macht, gerne Workout-Sets schenken, auch wieder farblich abgestimmt. Weil man kauft sich meistens eher nur eine Sache, eine Hose oder ein Oberteil, aber man kauft sich meistens nicht so ein ganzes Set, weil man denkt so, ah, ich habe ja eigentlich genug, aber ich brauche eigentlich nur eine Hose. Aber wenn das so farblich abgestimmt ist, dann weiß ich nicht, macht es irgendwie besser. Ähm, zu den Cozy-Sachen gehören auch noch so richtig schöne, weiche, flauschige Bademäntel, Wohlfühl-Sachen, Kirschkern-Säckchen oder so eine Wärmeflasche. Es gibt da richtig coole zum Umbinden. Also ich bin auch jemand, der gerne eine Decke immer da hat. Und das ist auch eine schöne Sache, die man schenken kann. Gerade wieder so farblich abgestimmt. Hausschuhe und Kuschelsocken. Ist so ein Tisch fürs Bett, also so ein Frühstückstisch im Prinzip, wo man sich so drunter legen kann. Dann gibt es auch noch so Gewichtsdecken. Und Decken sind generell auch, ich habe es vorhin schon gesagt, Kuscheldecken. Aber jetzt gehen wir zu den normalen Decken. Decken sind auch eine tolle Sache, die man schenken kann. So eine große Decke, wirklich übergroß, ne? Genau, dann gibt es auch noch so Decken-Hoodies. Dann kommen wir so ein bisschen in die Kategorie Bücher, für die Bücherverrückten. Es gibt so Covers für Bücher, damit man, wenn man liest, halt irgendwie nichts dran. Dann, damit da nichts dran kommt. Dann generell Bücher. Da kann ich euch im Moment ein Buch empfehlen. Die liebe Bianca hat mir das geschickt. Von Deutschland nach Australien. Mega coole Story. Bei Büchern kommt es natürlich immer sehr drauf an, was die Person gerne liest. Man kann aus Büchern irgendwie so einen Strauß machen. Natürlich sind Bücher auch teuer. Aber man kann die auch Gebrauch kaufen. Wenn ihr nicht wisst, was für Bücher man schenken kann, schaut einfach mal ins Bücherregal. Geht auf JetGPT und fragt nach anderen Büchern, die die Person mögen könnte. Und für die extremen Bücherwürmer kann ich auch nur empfehlen, so ein Buchtagebuch. Kommt mit so Spielen. Gesellschaftsspiele sind auch immer eine tolle Sache. Was im Moment mega Trend ist. Und die ganzen Exit-Games, die gibt es auch als kleine Version. Und wenn ihr wisst, dass jemand irgendwie so True-Crime-Fan ist oder so, dann schenkt sowas besondere Akten oder so ein Spiel, das aus Akten besteht, wo man selbst den Mörder durch diese Akten, durch die Beweise rausfinden muss. Auch für, ich habe vergessen, bei Bücherwürmern. Manchmal weiß man wirklich nicht, welches Buch man schenken möchte. Schenkt Prunkausgaben. Von Harry Potter gibt es da echt tolle Prunkausgaben, die jetzt nach und nach erscheinen. Und es gibt so viele verschiedene Bücher, die das auch haben. Wenn ihr sowas schenkt, da würde sich auch eine Person sehr drüber freuen. Pyjamas in der Cozy Season auch immer wichtig. Ich habe auch schon Pyjamas geschenkt bekommen. Und ich habe die schon seit über zehn Jahren. Und sie sind toll und es ist einfach nice, sowas zu haben. Als letztes auf meiner Cozy Season Liste sind so Sirupe von Monin. Oder keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Aber so kaffee-verrückte Leute. Es gibt ja echt viele, die sehr gerne verschiedene Kaffees ausprobieren. Da gibt es halt so Karamellsirup und alle möglichen verrückten Haselnuss. Das ist jetzt nicht so verrückt, aber ich glaube, es gab auch Tiramisu. Sowas ist mega nice, wenn jemand da irgendwie so Wert drauf legt. Dann kommen wir zu der Home-Kategorie. Da habe ich auch viel. Ich habe mir echt Mühe gegeben, verschiedene Sachen rauszusuchen. Ich glaube, da ist wirklich was für jeden dabei. Ich habe meinen Freund gefragt, was man so schenken kann. Und er kam dann auf Trikot. Und Trikot ist auf jeden Fall eine nice Sache, die man einem Jungen schenken kann. Aber in der Technik-Kategorie finden wir dann vielleicht noch das eine oder andere. Home-Sachen. Okay. Gläser sind mittlerweile einfach eine nice Sache, die man schenken kann. Wenn jemand wirklich so ästhetische Sachen mag, freut sich über tolle Gläser. Ich habe ein paar verlinkt, die richtig cool sind und auch angesagt sind. Ich habe welche von Nachtmann. Das sind so eigentlich so Whisky-Gläser. Die sind mega schön und auch Nachtmann qualitativ hochwertig. Sind auch nicht so teuer. Aber die kann ich auch nur empfehlen. Die sind gerade auch mega angesagt. Schüsseln. Auch eine Sache, die man echt schön schenken kann. Mir wurden schon oft Schüsseln geschenkt, weil ich es einfach gerne nutze. Dann haben wir einen Traumfänger. Finde ich richtig schön, wenn man das jemandem schenkt. Gerade wenn man das so kombiniert mit einer Kuscheldecke oder so. Oder wenn ihr wisst, dass jemand irgendwie gerade eine schwere Zeit hat. Finde ich einen Traumfänger auch mega schön. Ja, vor allem ist es halt so Boho. Und wenn jemand so ein bisschen Boho mag, dann passt es auch. Oder wenn jemand viele Pflanzen hat, da passt dann so ein Makramee-Traumfänger richtig gut. In die Home-Kategorie habe ich jetzt auch noch so Handyschlaufen reingepackt. Gibt es im Moment. Ich habe auch an meinem Handy eine. Mega praktisch. Ich finde es toll. Es hat im Moment jeder. Gibt es auch in allen Preiskategorien mit Perlen oder so. Finde ich es auch richtig schön. Schlüsselränge. Personalisiert. Habe ich auch bekommen von meinem Freund. Mega schön. Und da könnt ihr natürlich dann auch schauen, mag die Person eher so Silber, Rosé-Gold oder Gold. Ich habe es für Gold bekommen. Und ich finde es richtig schön. Ich freue mich da jedes Mal drüber, wenn ich das so sehe an meinem Schlüssel. Hier habe ich jetzt auch Schallplatten reingepackt. Wenn ihr wisst, dass jemand gerne einen Artist mag, dann holt der Person eine Schallplatte. Da kommen wir eigentlich zur teuersten Sache auch. Schallplattenspieler. Ich habe einen verlinkt für so um die 200 Euro. Es gibt günstigere. Bitte kauft die nicht in einem Koffer. Bitte kauft keinen für 50 Euro auf Amazon. Macht es nicht. Ihr macht die Schallplatten kaputt damit. Wenn, dann investiert etwas mehr. Oder schaut auf den Flohmarkt. Oder fragt im Freundeskreis, Familienumkreis, ob jemand noch einen Schallplattenspieler hat. Tauscht die Nadel aus. Und das ist so viel besser als diese Koffer-Schallplattenspieler. Lego. Blumen kann man sehr gerne verschenken. Nämlich auch gerne. Ich habe auch schon welche bekommen. Aber generell Lego, wenn ihr wisst, dass jemand irgendwie Fan von was ist. Harry Potter, Star Wars. Aber auch diese ganzen botanischen Sachen, die es mittlerweile gibt. Okay, nächste Sache. Weihnachts-Ornament. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die man vielleicht eher mit dem Partner macht. Oder beim Partner machen kann. Oder halt bei nahen Freunden in der WG. Bei der Familie oder so. Ich finde es richtig schön, wenn man jedes Jahr ein Ornament geschenkt bekommt. Das eine bestimmte Bedeutung hat. Ich habe super gerne Ornamente von Disney oder auch von Taylor oder so am Baum. Aber ich finde es richtig schön, wenn man jedes Jahr irgendwie ein Ornament kauft, das so ein bisschen das Jahr repräsentiert. Ich habe letztes Jahr ein Koala gekauft, weil wir ja in Australien waren. Jetzt sind wir wieder in Australien. Mal schauen, was mir dieses Jahr einfällt. Ein Spiegel. Schöne Brotbox. Auch wieder in der passenden Farbe. So ein Diffuser mit so ein paar ätherischen Ölen für den Raum. Oder eine schöne Lampe. Cookie Cutters. Also Ausstechförm. Und das finde ich auch immer schön, gerade wenn es halt wirklich Besondere sind. Habe ich auch schon ein Geschenk bekommen. Da so ein Picknickkorb. Oh mein Gott. Romantisch. Hoch Millionen Tausend. Millionen Tausend. Dann habe ich noch ein Rezeptebuch. Und da finde ich es schön, wenn man eins zum Ausfüllen kauft. Da finde ich es auch richtig schön, das so Paaren zu schenken. Und vielleicht so ein paar Ideen schon mal selbst reinzuschreiben. Und dann zu sagen, hey, ihr könnt eure Rezepte so hier reinschreiben. Weil ich kenne das von uns. Oft wissen wir nicht, was wir kochen sollen. Und deswegen ist es richtig toll, wenn man so ein Buch hat. Da kann man dann immer einfach reinschauen. Muss nicht am Handy immer noch den Screenshots nachschauen. Trinkflaschen sind auch eine schöne Sache, die man jemandem schenken kann. Vor allem, wenn sie auch wieder farblich zu der Person passen. Bilderrahmen mit, also einem digitalen Bilderrahmen. Das ist, glaube ich, ein cooles Geschenk für so Oma, Opa, die vielleicht auch kein WLAN haben oder so. Dann, das habe ich schon verschenkt. Wenn jemand gerne Wein trinkt. Oder wenn ihr gerne mal mit jemandem Wein trinkt. Dann schenkt ihnen doch Weingläser. Oder die, ja, den Anfangsbuchstaben oder einen schönen Spruch auf den Gläsern haben. Wenn man so besondere Gläser zusammen hat, dann nutzt man die immer und freut sich auch immer mega. Okay, als letztes auf dieser Home-Liste habe ich noch ein Waffeleisen. Generell so Waffeleisen, Crepe-Maker und so. Wenn ihr wisst, dass jemand ein Foodie ist und gerne sowas nutzt und aber vielleicht ein Gerät noch nicht so hat, dann schenkt es gerne. Also gerade ein Waffeleisen, wenn ihr wisst, dass es jemand nicht hat, aber gerne Waffeln macht. Da kann ich nur einen von Clure empfehlen. Das sind die besten Waffeleisen. Dann kommen wir zu der Kategorie, die Reisenden. Ja, also so verschiedene Taschen halt habe ich da reingepackt. Es gibt so echt coole Reiserucksäcke, da habe ich auch einen geschenkt bekommen. Der ist mega. Man kann da so viel reinpacken und es ist alles so organisiert. Es ist richtig toll. Air-Tags sind auch toll für Leute, die gerne mal ihren Schlüssel irgendwo liegen lassen und dann nicht wissen, wo er ist. Bauchtaschen gehören da dazu. Generell eine Reisetasche, wenn eine Person zum Beispiel eher nur einen Koffer hat, aber gerne auch mal so eine Sporttasche. Da gibt es auch echt coole Sachen. Travel-Sticker im Retro-Stil finde ich auch richtig schön. Wenn man jetzt so als Pärchen zusammenreist, dann kann man das ja schenken und sagen, hey, wir versuchen jedes Jahr so viel wie möglich abzuhaken und dann kommt es irgendwie auf den Koffer geklebt. Finde ich auch richtig schön. Und dann halt noch so ein Reisepass-Cover. Da würde ich eher für was wirklich Basiges gehen, weil meistens muss man den vorher abmachen, wenn man den zeigt. Auch einen Koffer oder so. Ja, jetzt kommen wir zur Technik-Kategorie. Da habe ich auch so ein paar verschiedene Sachen rausgesucht. Erstmal so eine Charging-Station, dann in Kindle. Wenn ihr wisst, dass jemand gerne liest, aber nicht gerne so viele Bücher immer in der Hand hat und es schwer wird und so weiter, dann ist ein Kindle, glaube ich, schon gut. Aber wenn man gerne nur Bücher mag, verstehe ich das auch. Ich bin auch eher der Mensch, der eher die Bücher in der Hand haben möchte. Musikboxen sind auch immer toll zu verschenken. Da gibt es auch alle möglichen Preiskategorien. Ich kann nur welche von Anker empfehlen. Die sind günstig, aber auch wirklich gut. Dann gibt es noch so ein Oktopus. Ne, Oktoped. Oktoped heißt es, glaube ich. Das kann man sich hinten ans Handy machen und dann kann man das Handy, egal wo, so mit den Noppen so dran noppen. Kopfhörer sind auch, glaube ich, immer gerne gesehen. Da gibt es natürlich auch wieder super teure, aber es gibt auch günstige, die echt gut sind. Wenn jemand Wert darauf legt, dass es halt wirklich ruhig ist außenrum, also ja, wenn jemand wieder viel reißt oder so, dann kann ich halt wirklich nur welche empfehlen mit Noise Cancelling. Dann auf jeden Fall eine Maus, ein Deskmat, da seht ihr auch eine von Lottetec hier. Und auch ein Keyboard, kann ich nur empfehlen, auch wieder farblich abgestimmt. Und dann habe ich noch so Merch-Sachen für Games, also so Amiibo-Karten, wenn jemand Animal Crossing mag. Da kommen wir auch jetzt zu einer spannenden Sache. Einfach Spiele schenken oder Guthaben für ein Spiel. Sims ist da ganz oben bei mir auf der Liste. Ich freue mich jedes Mal, wenn ein neues Pack erscheint und es kam jetzt vor kurzem ein neues Pack raus. Und glücklicherweise, wenn du es bis hierher geschafft hast, hast du die Chance, das neueste Pack zu gewinnen. Was du dafür machen musst, ist einfach mal dein Geschenk reinzuschreiben, dass du schon mal bekommen hast, das beste Geschenk ever war. Und folge dem Kanal, hast du die Chance, das neue Sims-Pack zu gewinnen. Vielen lieben Dank an EA, dass ihr mir immer sowas bereitstellt. Ganz zum Schluss habe ich natürlich total vergessen, was ist mit den ganzen Beauty-Sachen. Da habe ich auch echt viel rausgesucht. Bei Beauty-Sachen kann man auch viel falsch machen. Man kann aber auch viel richtig machen. Für Leute, die auch so ein bisschen nachhaltiger denken, ist ein nices Trockenhaarshampoo zu schenken. Und da gibt es welche von Purematics, die ich auch immer benutze, weil ich sie einfach echt feiere. Die sind so zum Streuen, das ist manchmal ein bisschen schwierig, muss man sich dran gewöhnen. Aber sie halten mega lange. Es gibt verschiedene Farben, verschiedene Gerüche und ich mag es extremst. Es funktioniert so gut. Man kann es auch mit dem Pinsel auftragen, wenn man das mag. Badeschaum, dann habe ich auf der Liste noch Olaplex-Shampoo, Olaplex-Öl. Da gibt es auch verschiedene Geschenkboxen. So ein hochwertiges Shampoo-Set mal zu schenken, das ist auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Da würde sich auch jeder darüber freuen, der halt Wert drauf legt, seine Haare zu pflegen. Ich nutze gerne Olaplex, deswegen habe ich das jetzt einfach genannt. Es gibt aber auch, ihr könnt auch ein Set zusammenstellen bei dm. Natürlich, ich bin mega Fan von Olaplex, weil es lange hält. Also eine Flasche hält bei mir ein halbes Jahr. Die ganzen Sachen sind halt super langliebig und für mich passt es halt einfach für meine Haare. Dann noch so ein Scrub, so ein Scrub für die Kopfhaut zum Waschen der Haare. Das nutze ich auch jetzt schon seit ein paar Jahren. Liebe ich. Dann habe ich in der Kategorie noch Pinsel, also Make-Up-Pinsel. Da gibt es von Real Techniques welche. Ich habe welche von Tarte Paletten, also Make-Up-Paletten. Und da ist es auch schön, wenn man halt was Hochwertigeres schenkt. Als Einstieger-Paletten kann ich immer die von Naked empfehlen. Es gibt kleinere, größere, aber es gibt welche, die so abgestimmt sind auf die Haare. Ich glaube, ich habe Naked 2 und das ist für braunes Haar. Und Naked 3 ist, glaube ich, mehr Rosé-Töne. Da könnt ihr auch einfach mal schauen, was die Person eher mag. Rare Beauty ist da auch oben auf der Liste. Ist nicht so teuer. Mega toll von Selena Gomez. Ich habe da so ein Lip Soufflé, das ich super gerne nutze. In der Farbe Courage. Kann ich nur empfehlen. Tolle Farbe, steht jedem. Dann Essie-Nagellack. Wenn ihr die passende Farbe von jemandem kennt. Oder ihr wisst, dass eine Person immer gerne eine bestimmte Farbe trägt. Ich trage gerne Rot. Dann sowas. Auf jeden Fall Haarklammern. So große Haarklammern. Sind im Moment auch sehr beliebt. Da könnt ihr auch verschiedene Farben, Formen auswählen. Da wird sich auch immer drüber gefreut. Dann eine Kosmetik-Reisetasche. Dann, das habe ich jetzt nicht da. Habe ich aber auch schon ein Geschenk bekommen. So Washies. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist von der Höhle der Löwen tatsächlich. Aber das sind so, ja wie so Waschlappen, aber halt fürs Gesicht. Und damit schminke ich mich immer ab. Und im Prinzip braucht man nur ein bisschen warmes Wasser und das reicht. Und da kann man eigentlich alles aus dem Gesicht waschen. Da gibt es auch wieder so ein Set für sieben Tage, dass man immer jeden Tag ein neues benutzt. Habe ich auf jeden Fall auch verlinkt. Finde ich toll. Funktioniert super. Dann habe ich auf der Liste noch so Pimpel-Patches. Ja, ich glaube, das ist so ein Teenie-Ding. Ich habe die nie benutzt, aber ja, die kann man gut verschenken für Leute, die mal hier und da irgendwie so einen Pickel haben. Und gerne da halt irgendwie was drüber machen. Haarbürsten finde ich auch schön zu verschenken. Gerade wieder so eine bestimmte Farbe, weil man sich eine Haarbürste meistens kauft, weil es halt dann praktisch ist. Dann kauft man die sich bei dm. Dann gibt es aber nicht so viel Auswahl. Dann gibt es so Cleaner für Haarbürsten, die so aussehen wie, ja, für Laub zum Wegkehren, aber in Miniatur. Mega geil. Funktioniert super. Gibt es auch bei dm mittlerweile. Da kann man so die Haare und so weiter und den ganzen Staub aus dem Haarbürste rauskratzen, sage ich mal. Ist eine coole Sache, die man mal schenken kann. Und dann fragt man sich auch vielleicht, was ist das denn? Periodenunterwäsche kann man auch gut schenken. Das wird ja natürlich eher jemand schenken, den er gut kennt. Freundin oder so. Oder vielleicht auch die Mutter an die Tochter. Ist auch eine super Art und Weise halt bei der Periode. Da muss man keinen Tampon und keine Binde. Und es soll sehr angenehm sein. Ich habe es bisher noch nicht probiert. Falls ihr da auch irgendwie Tipps oder Firmen habt, die ihr empfehlen könnt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann habe ich noch ein Schmuckreinigungsset oder Kit oder Gerät. Man reinigt seinen Schmuck meist zu wenig. Und ich glaube, ich habe eine Sache jetzt noch nicht erwähnt. Wahrscheinlich habe ich es in irgendeiner Kategorie gehabt. Und es passt aber an mehrere. Und das habe ich gar nicht erwähnt. Sofort Bildkamera. Instax Kameras sind im Moment wieder mega im Trend. Ein richtig tolles Geschenk. Auch diese Instant Drucker für Leute, die sich nicht so entscheiden können. Ich glaube, das waren jetzt alle Sachen. Oh, ich habe teilweise Sachen vergessen. Okay, Random Kategorie. Ich gehe nochmal hier durch meine Liste durch. Eine Sache, die ich auch mal selbst geschenkt bekommen habe, die ich auch total toll fand. Eine Backmischung selbst machen und verschenken mit Rezept drauf. Mega schön. Dann in Case of Emergency oder so eine Well- oder ja Wohlfühlkiste. Da könnt ihr verschiedene schöne Sachen reinpacken. Wie Kuscheldecke und Co. Was einem halt gefällt. Ein Seidenkissen ist auch noch auf der Liste. Ein Schmuckhalter. Ich weiß gar nicht, warum ich die Sachen nicht erwähnt habe. Schmuckhalter, Schmuckkästchen. Alles, was dazu gehört. Ja, eine Reise könnt ihr jemandem auch schenken. Irgendwie auch. Es kann auch nur ein Minitrip sein in den nächsten Botanischen Garten, ins nächste Schloss oder ins Kino oder zu einem Konzert. Es gibt so viele Möglichkeiten. Sucht euch da was kleines Schönes aus. Es kann auch ein kleiner Roadtrip zu einem schönen Ort sein, wo ihr da ein bisschen wandern geht. Gewürze sind auch eine tolle Sache zum Schenken, Leute. Gewürze mit Rezepten in Kombination. Um einfach mal neue Sachen auszuprobieren. Chefs Kiss. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe jetzt relativ viele verschiedene Sachen euch genannt, was ihr jemandem schenken könnt. Zum Schluss wurde es jetzt ein bisschen chaotisch. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like hier. Folgt dem Kanal. Es würde mich riesig freuen. Ich freue mich auf die nächsten Videos. Nächste Woche gibt es wieder ein Vlog. Und es kommt dann wieder ein Weihnachtsvideo wahrscheinlich. Ich hoffe, es hat euch heute auch so viel Spaß gemacht wie mir. Auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.